Zitat Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Multipli Na wer weiß es eh? Ja ne, Minecraft und in der ich... Ja äh... Und da ist DayVepay dabei Ja hallo! Ja ähm... Und ihr fragt euch bestimmt was das da am Hintergrund ist Das war doch beim letzten Mal noch nicht da Äh... Ja da baut sich jetzt eine Wohnung rein Direkt durch meine Wand Ähm... Ja und das wird er halt jetzt machen Keine Ahnung wie du dir das vorstellst was du da bauen willst Ich lass dir einfach mal... Ich bin nicht... Wie das aussieht Das Schwert ist voll in deinem Kopf drin Und nur für Gesicht Geht zurück, mach nochmal So hier Alter das sieht dieses krank aus Ja ähm... Ja ähm... Ja also erstmal äh... Ja... Also erstmal wir sind auf dem so wie hier normales äh... Taget Light Das soll es sein? Ja... Und... Ähm... 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 Ja... Das sieht ja ganz anders aus Damit ihr euch das nicht antun müsst Was wir hier die ganze Zeit und müsst labern Ähm... Ja und so geht das wie schneller und ist nicht so langweilig Also... Ihr könnt euch jetzt äh... 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 Und... Zugt halt zu Also... Und wir sehen uns gleich wieder auf einem Lightstreet 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 Ja mach gleich Äh... Lightstreet doch Scheiße Äh... Ich hab mich schon angefragt Ja ich hab mich schon angefragt Was ist denn da los? Also äh... Äh... Meine Zuschauer wenn ihr äh... Euch gerne äh... Taget Light holen möchtet ähm... Ähm... Da müsst ihr euch den... Technic Launcher holen Ich hab mal einen Link in der Beschreibung dargelassen Einmal ähm... Für die Leute die Minecraft gekauft haben Und einmal für die Leute die Minecraft Cracket haben Hier gibt's extra zwei Links Mach doch endlich mal was und labern dir die ganze Zeit Genau Hier oben hatte ich mein früheres Haus Das hab ich auch auch äh... verwegt Mit einem kleinen Balkon Ich geh jetzt erst mal fahren Da könnt ihr das auch mal sehen wie das so aussieht Gibt's viele neue Erze Gibt's viele neue Erze Hm Ja auf jeden Fall viele Und äh... Das Spiel äh... äh... Taget Light ist auf der 1.4.7 Ich wusste dass das jetzt kommt Hier oben links... Links sieht Und... Ich hoffe es wird nicht allzu ruckeln Mit äh... 20 FPS ist das schon okay Und hier ist ein Huhn Ist es schon mal EATE EAT 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 f Ottawa Á ach ja und für meine leute morgen ist ein live stream wird ja morgen ist ein live stream auf youtube 17 uhr circa wird ein stream sein da könnt ihr ja mag ich gerne gerne rein schalten da zog ich mein kopf er geht leid dem sowohl hier oder machen das video club ich natürlich glaube ich heute abend noch mal hochladen damit es auch wirklich alles dass ich ihn leistin macht beziehungsweise es wird gleich am anfang angekündigt wird ein kleiner callout eingefügt wird es gemacht nachher es ist hier ja noch jemand der ist aber gerade nicht aus dem server beziehungsweise er spielt nicht mehr erzeugt das so essen habe ich schon mal ein bisschen aber da ist ein hund im köln ja da brauchen wir aber knochen bewusst und skelett ein bw getrückt wird zu dem wasser kreppbar das war schon gesehen abweilen die Blödsinn abgabend die Börse nur zwei Leidt da brauchst du als er die Bewerbkehmer gut und kommt 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 doch um das ist das auch schon mal unternehmen das Video ist derzeit noch nicht zu Ende keine Angst das Video wird 15 Minuten gehen habe ich geplant das wird wohl ausreichend hab ich da recht ich mach uns erstmal ne Schaufel oh schöner Boden gefällt mir noch ich hab kein Geld es gibt doch gar keine Quartzkiss es gibt doch gar keine Quartzkiss ich mache jetzt mal mal kurz zum Testen ein Schädel habe ich überhaupt denn ich muss mal nachschauen ich besser habe Diversion doch bestimmt nicht das ist so ist Holz ähm ist nicht der Mod ne der ist nicht drin ok doch dass man den Baum komplett abbaut mit einem Schlag der Mod ist drin ne das geht ne bei mir ne da muss ich den einzelnen abbauen alle ja vielleicht gerade ne kommt drauf an wo du den angefangen hast mit abholzen schlägt meine Frau gut ich steh ich steh mit 2,4 so so Holz Holz super Holz eine Quartz Schaufel ich hoffe die ist gut so 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 der der in meiner Klasse geht der hat gesagt ich soll ihn mal grüßen in meinen Videos das mache ich jetzt einfach mal hi hi was für eine kleine da ist ein hi ja ja okay ich sage jetzt einfach mal seinen realen Namen Georg so heißt er ... ... ... ... ... was Baumeister das ist doch kein Baumeister Nein ... Du bist der schon hier egal 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 ja egal 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 neger ist egal ich bin ja ich baue in einer Höhle hier ist das draußen hier ist das draußen kein geiles deutsches Wäscher war nicht mal Deutsch das ist das beste Deutsch der Welt was heißt ein Treppe auf Englisch? was? Treppe auf Englisch keine Ahnung was wollte ich jetzt machen? ach ja ich schaue mal nach wie lange ich schon aus aber auch immer und ich Team Laps also ich rede noch mal kurz so Leute, das war's mit der Feinheit äh ich finde der Boden sieht ziemlich cool aus so mit den verschiedenen Blöcken ja das war schon mal fest verschiedene Blöcke die man auf die Baubau benutzen kann und ich hab mit der Treppe Entschweite gearbeitet dass man hier ist nicht immer so runter stolpern muss äh ich finde das geht schon so ach was ich gerade noch mal anschließen wollte weil wir ja manche darauf äh und ich frage manche an dir und weiß nicht, dass ich meine Videos ich wurde mit zwei FPS ich weiß nicht ob ihr das jetzt meine Aufnahme steht aber recht oben da ist die FPS-Anzeige bei 10 so 19 L also ich denke mal 10 FPS sind für so eine Aufnahme das ist ganz ok ich weiß nicht wenn ihr es gesehen habt die sich mit zwei aufnehmen angeblich aber außerdem Leute wenn andere Leuten meine Videos nicht gefallen wegen äh zu viel FPS oder zu wenig FPS zu wenig zu viel äh ne wegen zu wenig FPS oder so Leute mal ehrlich wenn euch meine Videos nicht gefallen dann guckt sie euch doch einfach nicht an also ich meine ich kann doch nicht hexen aber ich ich hau mir jetzt einfach den neuen Prozessor den Stopp im Rechner oder was also ich meine da sind ja auch die Dateien alles übertragen und so das ist ja alles bisschen kompliziert und ja also ich meine es gibt Leute die Leute die meine Videos wie ich das sehe trotzdem gucken ich meine reiken muss man ja auch nicht unbedingt ich meine aber trotzdem ähm wenn Leute von euch meine Videos gerne schauen ich mach das ja auch nicht weil ich irgendwie Abonnentenbrill oder Likes für diese Grafik für diese unfassbar coole Grafik ja ähm ja egal ich mach das ja auch weil ich gerne weil es mir Spaß macht andere Leute zu unterhalten weil es mir Spaß macht aufnehmen weil es mir Spaß macht aufnehmen Videos zu produzieren ja ne Wester doch wenn ich manchmal sage ich mache die Videos uns langeweile ich was man da so machen könnte damit man halt Produktivität vorteucht werde also und das beste Beispiel war einfach vor der letzten Folge ja machen wir entdecken die Leute ja ich meine es ist verkompliziert ich meine ich verlegte euch mal was ihr ich stelle euch mal vor ihr nehmt vielleicht so eine 20 Minuten Folge auf was ich ja auch mal so dahin und wieder mache manche Folgen sollen jetzt auch ab heute 30 Minuten werden ja äh stellt euch doch mal vor ihr lauft dann in dem Video blöd rum so wie ich jetzt gerade so ja dritten ja man muss ja auch einen gewissen Plan haben in Videos und ja den hab ich bis damals mal bisschen verfehlt und das tut mir auch leid für die Leute die das gestört hat aber also Leute wenn euch meine Videos falsch wenn manche Leute für euch meine Videos nicht passen wegen FPS oder sonst was sich da halt angeht oder ja was ich da für lebensnotwendige Fehler begehen oder was weiß ich nicht dann ihr müsst euch ja meine Videos nicht angucken wenn es euch nicht gefallen äh ich will Leute unterhalten die meine Videos gerne schauen und denen das auch Spaß macht dauernd sich dem Müll zu geben den wir hier reden also ja also in in dem Sinne haut meine Videos wenn es euch gefallen und wenn nicht dann halt nicht also ich mach das nicht wirklich nicht für Likes oder Abos und mir das wär cool wenn ihr ein Abo dalasst wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt dann würdet ihr auch keine Videos verpassen und sowas aber mir ist es im Prinzip egal wie viel Abos ich hab oder Likes ich mach die Videos bloß aus Langeweile quasi und weil ich halt Spaß dran hab ich meine es macht Spaß so halt Frank ist ja auch oft dabei im Modplay was er wieder kommen würde und ich meine es macht einfach Spaß mit allem ich meine es macht einfach Spaß mit dass es euch aus zu über vielen Abos macht mit der Support und worum ich bin mit und ich bin ich bin ich bin du bist so ein Fischon mäh egal ich glaube natürlich nicht ja und du hast nur uns was deine Freunde in der Fertig waren oh ähm wir haben jene ganz schöne zwei Stelle nicht aus brille Und ich werde bis zum nächsten Mal, werde ich diese Truhe noch, diese DIA-Truhe auf die Kristall-Truhe abwäden, damit man die Eitems hat, dann sieht das cool aus. Und dass wir so eine ganze Menge haben. Ja, also ich bin übrigens stolz auf meine Erd-Truhe, weil die wirklich schon, weil da ganz schön viel Zeug drin ist. Das ist nicht stolz. Ach ja, komm. Und... Ah... Dreckel könnte ich eventuell noch ausbauen. Ich kann jetzt eventuell schon mal ein paar Blöcke rausreißen. Will allerdings nichts kaputt machen. Dahinter ist Elektrik für den geschadlichen Ofen, den wir am Anfang der Folge gezeigt haben. Und wenn ich da reinhack, werde ich mich sofort reinhacken. Oh, ich hab ihn reingelassen, scheiße. Ob die Crapstone. Fack, 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 fack. Hab ich Flyer? Nee, oder? Oh, vielleicht hab ich noch gleich beschlüsselt. Geht das? Hab ich jetzt Flyer? Ja. Genau, so sehe ich das. Wiebikorner. Die ganze Zeit zuhört und ich sag dann einfach, ja, ein Stück zu. Ja. Okay, da ist jetzt nicht so viel, was man da oben reparieren könnte. So, ich denke mal, das ist eher hier, oder? Ich höre jetzt aber die Aufnahme beendet. Ja, Sekunde. Willst du noch was gucken? Ja, ich warte kurz. Weil, muss wissen, ob mein Ofen noch funktioniert. Ja, mein Ofen klappt noch. Gut, dann hat es eine andere Elektrik wieder oben. Gut. Ähm. So. Ja, also, jetzt Raum hoch für diese Erntesruhe. Und wenn euch die Timelassen gefallen hat und ihr vielleicht mehr sowas wollt, wie ich baue und ich das dann halt im Schnellmodus abspielen kann für euch, dann, äh, schreibt das in die Kommentare oder lasst auch in der Blog da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht habt. Oder halt nicht, wenn ihr das nicht wollt, ist mir das auch egal. Die schon mehrmals betont. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Minecraft. Tschau. Tschau Leute.